Was geht ab, Freunde? Willkommen zum neuen Video und heute sprechen wir über mein neues Training. Ich mache ein kleines Intro dazu. Ich habe in Dubai nach einem Oberkörper-Unterkörper-Split trainiert, der war hervorragend. Ich habe in vier Monaten 30 Kilo zugenommen, die Off-Season war absolut bombastisch. Auch wenn es viele Leute gegeben hat, die gesagt haben, so ein Zweier-Split, das kann doch nichts werden. Früher hat man immer nur nach einem Fünfer-Split trainiert, da sind die Leute richtig gut geworden. Ja, ich habe es mit einem Oberkörper-Unterkörper-Split gemacht und es hat wirklich bombastisch funktioniert. Also, vorweg schon mal, Oberkörper-Unterkörper funktioniert bahnbrechend geil. Dann habe ich so viel aufgebaut, dass meine Gelenke wehgetan haben. Also ich habe dreimal die Woche Beine trainiert, komplett dreimal die Woche Oberkörper, ich hatte nur einen Tag Pause. Ich habe geballert wie ein Hengst, gefressen, geballert, gefressen, geballert, gepennt. Ich hatte die besten Mahlzeiten. Ich habe jeden Tag Lachsfilet gegessen, Rinderfilet gegessen, Shrimps, Hähnchen, geiles Ei. Also meine Lebensmittel waren wirklich so gut wie noch nie zuvor. Alles vorbereitet aufs Kram genau, ich musste keine Zeit verschwinden mit dem Kochen, nix. Das heißt, also Binus Food, Healthy Food, das Binus Gym. Ey Leute, wenn ihr mal Bodybuilding intensiv machen wollt, dann geht da drei, vier Monate rüber, Alter. Das ist wirklich, wirklich gut. So, also zweier Split, so viele Muskeln aufgebaut, dass meine Gelenke wehgetan haben. Und dann bin ich geswitcht auf einen Vierer Split. Das heißt Push, Quads, Pull und Hamstrings. Dazwischen drin immer ein, zwei Tage Pause. Und das habe ich dann gemacht für zwei, drei Monate jetzt in dieser Vorbereitungszeit, die ich jetzt hatte. Bis jetzt. Und habe gemerkt, dass mir die Frequenz, also die Häufigkeit, die Woche, nicht so ganz ausreicht. Bei vier Trainingstagen, zwei Pausentagen, habe ich alles so einmal trainiert, zweimal, so ab und zu mal, zweimal. Je nachdem, wie die Woche verlaufen ist. Und ich dachte mir so, ey, eigentlich willst du alles zweimal die Woche trainieren. Das ist eigentlich geiler, das ist besser. Und jetzt bin ich wieder zurückgegangen auf einen Oberkörper-Unterkörper-Split. Allerdings mit ein paar kleinen, aber wichtigen Anpassungen. Ich hatte die letzten zwei Jahre massiv, massiv, massiv Fokus auf meinen Rücken, auf die Hamstrings, auf die Gluts. Und das hat sich wirklich massiv verbessert. Ihr könnt es mal hier sehen. Hier habt ihr ein Vorherbild und da habt ihr ein Nachherbild. Quasi nach ein, zwei Jahren. Ich bin da jetzt schon eine Weile lang dran und da hat sich einiges getan. Bin ich super stolz drauf. Das war die Aufgabe und es war wirklich nicht leicht. Ich hasse Hamstrings und ich mochte Rückenträgen nicht und Kreuzheben und die ganzen Sachen. Aber ich habe es gemeistert. Ich bin durch und da sind wir jetzt. Jetzt hat sich der Fokus ein bisschen verändert. Ich habe Feedback bekommen von Neil. Und Neil hat Feedback bekommen von Kampfrichtern, die gesagt haben, Maik hat zwar eine super weite Brust, aber wir brauchen noch ein bisschen mehr Fleisch nach vorne. Und seine Schultern sind auch weit, aber wir brauchen noch ein bisschen mehr. Die müssen noch ein bisschen runder sein, ein bisschen kugeliger. Beine, alles in Ordnung. Rücken hat sich super gemacht. Wir müssen jetzt nur ein bisschen den Fokus verschieben. Und das habe ich natürlich in meinem neuen Trainingsplan mit eingebaut. Und darüber sprechen wir jetzt, wie genau der Trainingsplan aussieht. Wie gesagt, zwei Tage. Lower und Upper. Aber mit dem Lower fange ich an, in der Regel mit so einem kleinen Warm-up. Zwei, drei, vier, fünf Minuten auf dem Fahrrad für die Gelenke. Dann kommt zuerst ein Beinstrecker. Und da mache ich ein, zwei, drei Warm-up-Sets. Viele Wiederholungen, Blut rein. Dann kommt der erste Arbeitssatz. So ein knackiger, guter Satz, der wehtut, der geht ins Gebälk. Der zischelt gut neid, wird mein Vater sagen. Und danach kommt ein All-Out-Set. Also mit All-Out meine ich All-Out. Bist du geschissen, gekotzt, geschrien, alles. Also das ist wirklich nicht, das ist schon asozial. Und danach ist eigentlich der Quad komplett frittiert. Die meisten können danach nach Hause gehen. Danach kommt aber noch eine weitere Übung für die Quads. Das könnte zum Beispiel die Beinpresse sein oder Belt-Squad oder Squad oder eine Heck-Squad, eine Pendulum. Irgendeine Compound-Übung. An der Stelle ist es jetzt Belt-Squad. Das ist eine meiner Lieblingsübungen für die Beine. Du hast diesen Druck über die Schultern nicht, von den Kniebeugen. Das heißt, der Druck ist ab der Hüfte abwärts. Das sorgt halt dafür, dass du weniger unnötige Muskulatur recovern musst. Wie zum Beispiel Rückenstrecker und die ganzen Sachen, die wir am nächsten Tag sowieso nochmal trainieren. Also Bad-Squad ist an der Stelle schon ziemlich geil. Genauso die Beinpresse ist ziemlich geil. Heck-Squad, Pendulum und normale Squads. Könnte ein Problem mit Recovery werden. Übung Nummer drei ist Seated oder Lying Leg Curl. Eins und Bein, also eine Curl-Variante. Eher isoliert. Und die letzte Übung ist entweder Hip Thrust oder Stiff Leg Deadlift. Also auch wieder eine Compound. Wir kombinieren immer eine isolierte plus eine Compound-Übung. Und ähnlich ist es auch beim Oberkörper-Training. Wobei, beim Oberkörper-Training haben wir generell sehr wenig Compounds. Also mehrgelenkige Übungen, wie zum Beispiel freies Rudern oder freies Bankdrücken. Sollte Sachen. Ich versuche da wirklich sehr isoliert an die Muskeln zu gehen, um möglichst wenig andere Muskulaturen einzuschalten, die dann auch wieder Recovery brauchen. Ihr müsst wissen, Upper Lower Rest und dann fangen wir direkt wieder an. Komplett Oberkörper, Unterkörper, Rest. Wir haben tatsächlich 48 Stunden dazwischen, um so zu recoveren, dass wir am nächsten Training wieder noch mehr Gas geben können. Darum geht es nämlich. Oberkörper, relativ simpel. Ich fange mit dem wichtigsten Muskel an an der Stelle. Das ist der Rücken, das ist der größte. Meistens sind es Überzüge als Warm-Up-Übung. Das ist für mich so eine Übung, die geht eigentlich überall so gut hin. So im Lat merke ich das. So im Mittelteil des Rückens merke ich das. Im Trapez, je nachdem wie ich ziehe, merke ich das ein bisschen, also Warm-Up bombastisch. Dann kommt eine Ruderübung und eine Ziehende von oben, also horizontal und vertikal. Die Übungsauswahl an sich ist variabel, solange ich die richtigen Teile des Rückens treffe. Ich habe immer eine Ziehende von vorne nach hinten, also eine Ruderbewegung und eine Latzugbewegung. Dann geht es zu Flies und einer Bankdrückvariante, also jetzt Inklein-Maschine oder Flatpress-Maschine. Das ist beides offen. Auf jeden Fall eine Fly- und eine Pressvariante. Bei der Schulter ist es auch einmal Schulterpresse, einmal Seitheben. Mittlerweile bin ich sogar bei dem Punkt, dass ich zuerst schwere Seitheben mache, dann Schulterpresse, super Satz mit Seitheben. Also Seitheben quasi zweimal, aber am zweiten Mal nur, um die Schulter nochmal richtig rauszuballern. Genau. Dann gibt es noch eine Übung Trium-Bizeps und dann war es das. Trium-Bizeps hat man sowieso dabei, wenn man dann Brust trainiert und Rücken, also die sind schon ein bisschen angeschlagen. Dann macht man das Ding fertig mit zwei, drei Sätzen, dann geht man heim, man wartet am dritten Tag, wird dann wieder trainiert und dann sollte man eigentlich wieder recovered sein. Jetzt kommen wir zur Magie, zu diesem ganzen Ding hier. Jetzt kann man sagen, ja, also wenn ich Beine trainiere, ich habe fünf Tage Muskelkater. Genau darum geht es. Wir machen nämlich nur einen Satz und einen Satz, so hart und intensiv wie es geht. Viel Gewicht, viel Wiederholungen, geile Form, guter Stretch, tolle Range of Motion, alles geil. Aber wir haben nur diesen einen Satz und dieser eine Satz, der kann dich schon ordentlich frittieren. Ich habe es geschafft letzte Woche, dass ich mit einem Satz Hack-Squad drei Tage Muskelkater hatte. Wenn du ihn richtig asozial ausführst. Du kannst es auch aufsplitten auf drei weniger asoziale Sätze. Fakt ist aber, dass du nur so viel machen darfst, bis du in drei Tagen wieder am Gym bist und besser bist als vor drei Tagen. Bist du schlechter, hast du wahrscheinlich zu viel trainiert. Dann bist du nicht recovered. Also geht es in diesem Oberkörper-Unterkörper-Split viel mehr um Recovery als um Volumen und Gewicht und alles andere. Das muss wirklich Hand in Hand gehen. Wenn das nicht Hand in Hand geht, wird dieses Trainingssystem nicht für dich funktionieren. Soviel zu dem Thema. Das ist jetzt das, was ich wahrscheinlich für die nächsten zwei, drei Wochen machen werde. Danach geht es vermutlich in einen richtigen Y3T-Split für mehrere Wochen. Da geht es einfach darum, dass ich verschiedene Rep-Ranges abarbeite, verschiedenen Stimulus in die Trainings bringe. Und genau, sobald ich dann in Vegas bin, wird sowieso mit Neil trainiert. Da ist dann Pure Y3T die ganze Zeit. Da hat er dann komplett die Hand über mich und kann alles genau steuern. Aber bis dahin werde ich Oberkörper-Unterkörper trainieren. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wenn ihr noch irgendwelche Anreize habt, Fragen habt zu diesem ganzen Thema, dann bitte gerne unter die Kommentare. Ich beantworte sie gerne für euch. Und wer nach wie vor zweifelt an einem Oberkörper-Unterkörper-Split, ich habe bisher schon ein Video aufgenommen. Das verlinke ich euch da oben, da könnt ihr draufklicken. Da erkläre ich auch schon mal einiges zu diesem ganzen Vorgang, wie es funktioniert, was wir gemacht haben, wie ich es geplant habe, wie es tatsächlich funktioniert hat. Aber er hat der ganze Struggle dazwischen Fehler, die ich gemacht habe, die ich dann verbessert habe und, und, und. Da wird dann auch ein bisschen über Stoff gesprochen. Vielleicht auch noch interessant für den einen oder anderen. Aber ich denke, das ist eine gute Sache. Oberkörper-Unterkörper-Split hat auf jeden Fall mein Go. Wenn ihr den Trainingsplan haben wollt, den könnt ihr euch selbstverständlich auf der Webseite runterladen. Relativ simples Ding, das wird ein Zehner kosten, 10 Euro, habt ihr einen kompletten Plan. Alle Sätze, alle Raps, alle Übungen, alles mit dabei, als Inspiration ist vielleicht ganz cool. Ihr findet auf der Webseite auch noch ganz viele andere, 3er-Split, 4er-Split, Trainingsplan in 45 Minuten, ein komplettes Y3T-Protokoll, Woche 1, 2, 3, TuttiCompletto, 12 Wochenprogramm, Mass-Gainer-Programm, also alles relativ günstig, kostet so 10, 15 Euro, wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch die Dinge runterladen, als Inspiration, macht vielleicht auch Spaß und ihr lernt vielleicht etwas über euren Körper. Leute, das war es von mir. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, hat ein bisschen was erklärt, gezeigt und ein bisschen inspiriert. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Euer Maik, nicht vergessen, Climax. Einmal abchecken, in der Beschreibung findet ihr richtig gute Deals. Bei Peak gibt es auch ordentliche Knaller. Nicht vergessen, mit dem Code Maik spart ihr da maximal. Also sehen uns, macht's gut, bis dann.